Da, da seht ihr es, neues Spiel, bloß aber es ist noch nicht verfügbar, weil wir noch kein einziges Mal durch sind. Weiß nicht, ob ich später mal mit allen Fähigkeiten aus dem ersten Durchlauf spielen werde, aber hey, das ist noch weit, weit weg und damit erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei This Honor 2, das Maschinenhaus. Jetzt, da sind wir wieder drin und da heißt es noch, den mehr oder weniger guten, eher weniger guten Kirin Jindosh in den Elektrostur befördern. Ich weiß noch nicht, wo das Ding sein soll, ich werde mich einfach mal umschauen müssen, wir wissen ja, wo er ist, er ist in Sicherheit, hoffe ich mal. Ich hoffe, die Betäubung, die wirkt lang genug und dann können wir uns ihm widmen. Wir können ihn dann hoffentlich... Das ist gar nicht wahr, wie ich das Bild verzerrte. Äh, ich hoffe, die Betäubung spritzt halt lang genug und ich komme... Hopp! Und ich hoffe, dass ich diesen blöden Stuhl, den Elektroschocker, schnell finden werde. Vielleicht falscher Alarm. Wenn ich hier die Chance habe, bitte ich um einen Posten im Großpalast. Warum auch... Äh, wieso steht denn der da immer noch oder wie da? Geh da mal da weg. Ich bin eigentlich sowieso böse, ne? Aber hier ist ja auch so ein blöder Roboter. Ach, der trinkt wieder Ewigkeiten. Dann gebe ich mir den hier und setze auf den Überraschungsmoment. Blöde Maschine, kriegst mich nicht. Tschüss! Oh, was macht der... Direkt hinter der Tür gelauert. Da will man mal böse sein und sich nicht großartig verstecken mit Emily. Und was mache ich da? Einen umnudeln. Am nächsten vorbei. Gut, da habe ich mir was eingefangen. Und dann Tür auf und da steht so ein blöder Blechhans vor der Tür. Gibt es eigentlich irgendwelche Hinweise? Vielleicht in unserer Aufzeichnung, wo dieser blöde Stuhl ist? Ich meine, ich habe irgendwo schon mal einen Stuhl gesehen, aber es kann auch ein anderes Spiel gewesen sein. Zum Beispiel die DLCs aus dem ersten Teil. Da steht er echt da an der Ecke. Das sehe ich jetzt erst wieder. Der Bürgermeister. Aber ich kann ja auch an sich hier runtergehen, ne? Mal gucken, wo ich da hier rumkomme. Ah, hier geht es auch direkt runter. Auf die andere Seite. Ah, was? Was haben wir denn da? Lass die Arme gleich in Ruhe. Ah, wo, 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 wo? Da ist eine Blaupause, oder? Ne, ist ein letzter Worte. Ein Knochenartefakt. Wasserwesen. Hm. Unter Wasser heilen? Vielleicht. Was würde ich denn abgeben wollen? Für das Wasser. Geringe Chance. Mhm. Regeneration leicht erhöht. Wann haben wir schon mal verkalte Schwerder gehabt? Hatte ich schon mal bei Dishonored. Aber ich weiß nicht, ob wir das damals im Let's Play hatten. Ich glaube, wir hatten es noch nie im Let's Play gesehen. Deswegen fliegst du raus für vielleicht das Wasserwesen. Schwimmgeschwindigkeit ist leicht erhöht. Ne. Dafür schwimmen wir einfach zu wenig. Und dafür ist Emily unter Wasser einfach zu flink. Meinem Gefühl nach. Lieber Finder. Sitzt du in der Falle? Ich kenne deine Situation noch zu gut. Du musst wissen. Dies sind meine letzten Worte. Ich habe ein Versteck vor diesen Dingern gefunden. Aber wofür? Ich habe weder Essen noch Wasser und nun werde ich schwach. Wenn es eine Gelegenheit zur Flucht gab, habe ich sie verpasst. Selbst das Schreiben dieser Nachricht raubt mir die Kraft. Ich dachte, ich könnte diesen Apparat besiegen. Dieses schreckliche Haus. Diese Dinge, das Dschingendosh gebaut hat. Dieses Ding, das Dschingendosh gebaut hat. Aber es hat mich besiegt. Wenn ich doch nur etwas Wasser oder ein Stück Brot mitgebracht hätte. Und so sage ich, leb wohl. Mein waghalsiger Freund. Vielleicht stirbst du auch hier. Tut mir leid. Wenn ich ein Geist werde, helfe ich dir. Wenn nicht, adieu. Stanislaw Schephardt. Jongleur, Zauberer, Dieb, Maulheld und obendrein ein Narr. Ach, und weil er eben kein Wasser hatte, hat er eine Rune geschnitzt in seinen letzten Minuten. Und dann hat sich sein Schicksal gewissermaßen auf die Rune übertragen. Also nicht, dass wir mit Wasser besser regenerieren oder so. Nee, einfach schneller schwimmen. Einfach entkommen. Aber hier unten ist da kein Wasser. Aber irgendwie so wird es sein. Ach, hier für das Teil, was die hier rausgefahren haben. Boah, ich mag das. Ausahnar, den ersten und den zweiten Teil. Was man da alles für Wege entdecken kann. Wie man sich da weiterhelfen kann. Hier ist auch eine Luke. Oh Gott, ist das Spiel toll. Gut, das ist der Fahrstuhl. Den kennen wir. Ich gucke jetzt mal, ob unten bei diesem Vorführraum ein Stuhl war. Wir sind schon unten. Gott. Hm, sind wir wirklich. Was, hier ist wieder einer? Wo kommt denn hier einer her? Hier einer her. Ihr. Der liegt immer noch da. Hat der oben geschwätzt oder hier unten? Die Tür ist auf. Naja, nicht so ganz. Also hier direkt davor war kein Stuhl. Gab es einen Stuhl da drin? Ah. Gab es hier einen Stuhl? Das will ich jetzt mal abklären, weil ich hier gerade bin. Nicht, dass ich dann nochmal irgendwo weitläufig suche. Dann eben hier herkomme und dann sage ich mir, hey, hättest du mal einfach beim ersten Mal genauer hingeschaut. Aber es scheint nicht so. Hier war jetzt auch kein Stuhl drin, ne? Ne. Sind wir wieder eingesperrt, ey. Stimmt ja dabei, was? Au. Mann. Mann, er hat es verbraucht. Ach, halt. Habe ich das beim letzten Mal so gut hinbekommen? Ach so. Fast zerquetscht werden. Das war das Rezept. Also hier unten ist der auf jeden Fall nicht. Ich schaue nochmal kurz nach, ob wir uns das irgendwie notiert haben. Missionshinweise. Die Position? Energie. Es ist nicht genug Strom für den Elektroschocker vorhanden. Modifiziere die anderen beiden Laborplattformen, damit sie weniger Strom verbrauchen. Ach so. Im Labor oben ist der Stuhl. Na toll, da sind noch zwei... Oh nein. Da sind noch zwei Blechbüchsen. Dann komme ich ja auch von hier dahin, aber... Boah. Muss ich die ausschalten? Wir haben noch keinen Hinweis, wie wir die Kleinen bekommen, ne? Was, der Orden des Orakels gespalten? Habe ich das schon mal vorgezeigt? Hier war ich ja auf jeden Fall auch schon mal da. Immer noch freundlich gesonnen. Die gute Lichtwand. Dann hole ich mal den Fahrstuhl. Wir müssen hoch zu den Laborräumen und der liegt immer noch im Fahrstuhl. Ist ja praktisch, denn... Wir brauchen ihn gleich oben. Ach, alles schon vorbereitet hier. Mann, bin ich manchmal gut. Also die sind auf jeden Fall oben. Die sind oben. Ich gehe erst mal ins Büro. Na, wie geht's dir denn? Ich habe das Gefühl, du steckst halb in dem Holz drin, aber das kann ja gar nicht sein. Bestimmt das Einbildung. So, jetzt wird hier oben nochmal gespeichert, denn da hinten ist schon einer. Wie bekommt man die am besten klein? Mit zwei Granaten? Aber war keine Haftgranaten dabei. Eine Sprengmine. Die macht bestimmt nichts Entscheidendes. Schlagen war ja auf der linken Taste, als auf der rechten. Platzieren geht noch. Guck mal. Ist die jetzt hochgegangen? Ich glaube ja. Na, dann kümmere ab. Das finde ich jetzt nicht so toll. Mach zu. Ist der jetzt runtergeöffnet? Hat er mitbekommen, dass wir runter sind? Boah. Boah, die, die gefallen mir gar nicht. Am Ende grillen die noch hin. Sieht echt komisch aus. Okay, Schrapnel haben schon mal gar nichts gebracht, aber das habe ich schon erwartet. So, dann lassen wir die erstmal komplett abkühlen. Was machen wir denn jetzt? C4 haben wir nicht dabei, ne? Ein Elektroschocker wäre ja ganz praktisch. Brandbolzen, Armbrustbolzen, Heulbolzen, aber kein Explosionsbolzen und Explosionsmunition. Gibt es die überhaupt noch? Die haben wir auf jeden Fall nicht. Heulbolzen, blindet Gegner. Toll. Ich muss den noch in den Stuhl setzen, da kann ich doch nicht mit den zwei Viechern da oben herumrennen. Hm. Ah, das ist doof. Wir könnten zur Nord weit, weit zurück zwei Level und beim Schwarzmarkt was kaufen. Aber ob es da Haftgranaten gibt und ob ich die mir alle leisten kann? Gut, wir haben ein paar Bilder mitgenommen, aber will ich jetzt nicht machen. Oh Mann. Die Narkomina, die setzt elektrischen Stoß, einen elektrischen Stoß aus, aber nicht für die passen, nehme ich an. Die Eiern immer noch oben rum. Kann man bloß mal auffahren und die Tür noch zulassen, das wäre echt geil. Oh Gott. Bitte ganz lassen. Danke. Die wollen da jetzt auch nicht mehr weggehen. Dann gehe ich jetzt erstmal eine Etage tiefer und schaue mich hier erstmal in die Richtung. Hier sind wir hier angekommen. Hauptsache, die können sich nicht irgendwie hier runterpacken, habe ich echt keine Lust drauf. Hier habe ich ja die Haftgranaten gefunden. Problem ist, ich brauche pro Roboter zwei Granaten. Hier war ja auch einer. Steht jetzt gerade nicht hier. Ich muss mir irgendwie Ausrüstung suchen. Ah, Wartungsschlüssel, immer noch. Hast du keinen Schlüssel dabei gehabt? Das ist ja echt doof. Dann müssen wir auf jeden Fall wieder in den Vorführraum. Das heißt, immer weitermachen. Was mache ich denn, was mache ich denn? Was liegt denn da oben eigentlich? Nichts. Was war denn das? Das ist gut, dass du das einsiehst. Aber hier finde ich nichts. Wie kann man die kleinbekommen? Mit einem Wal-Öltank. Stimmt. Die explodieren doch auch. Ich lade mir jetzt den ganzen Fahrstuhl voll mit Wal-Öltanks und ballere die dann damit zu. Ich weiß ja noch, wo ein weiterer ist. Den habe ich ja rausgenommen. Wo gab es die Abfüllstation? Die gab es nicht im Haus. Das ist eine Abfüllstation. Wo sagt denn der da? Ah, da hinten. Na, wenn du meinst. Ich helfe dir gerne. Beim Sterben. Ich komme schon. Da ist er. Nein, da unten liegt niemand. Nein, nein, nein. Komm mal her. Wo kommst du denn eigentlich her? Der kreucht und fleucht hier doch noch einer herum. Der hat nichts zum Plündern dabei. Das ist echt tragisch. Aber, was ist denn da unten noch? Nix. Sind die beiden wieder aufgewacht, die, die wir hier erwirkt haben? Die im Wartezimmer? Hey, wo bist du? Halt! Nein! Au. Oh, oh. Na, das ist doch gemein. Im Kampf kann ich nicht speichern. Scheiße, jetzt fällt hier der Waldtank. Kommt die her? Noch nicht. Hm. Sie ist weg. Nass. Das klingt so nah und auch so fern. Wo ist sie denn? Ist sie jetzt unten? Sie ist auch hier. Ich bin viel, viel besser als du. Weil ich auch mal blocke. Dein Kopf ist übrigens ab. Weg damit. Ich wollte mir noch einen Tank holen. Wo war der nächste Tank jetzt? Ach ja, ich habe ja was rausgenommen. Oh Gott, finde ich da jetzt nochmal hin? Wo finde ich da jetzt nochmal hin? Ich bin hier angekommen. Wenn hier noch jemand ist. Oh, oh. Warum ist das so fein? Hervorgehoben. Hm, nicht abhauen. Bleib doch hier. Komm, hier ist doch schön, oder? Hauptsache einer weniger, der uns irgendwie ärgern könnte. Ich nehme mal ein Stück mit. Und lege ihn hier auf den Schreibtisch. Oder da drunter. Da können wir uns verstecken, ne? Wenn er nicht da wäre, ja. Nein. Also. Gibt es hier vielleicht auch eine Abfüllstation? Ne. So, ich bin doch hier irgendwo rausgekommen. Wie bin ich denn jetzt? Ich habe schon wieder... Warte, ist der Fahrstuhl? Oh. Müssen wir eigentlich auch nochmal hin? Aber wo bin ich denn jetzt unten beim Brief hierher gekommen? Das weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Hier waren wir aber auch noch nicht. Oh, geil, Brot. Da hätten wir fleißig gekocht. Was? Veganisches? Ne. Also doch irgendwas Veganisches, aber... Aber die würden uns ja sowieso nichts tun. Die würden bloß Alarm schlagen, mehr oder weniger. Sokolovs Bedürfnisse an das Personal. Wie Sie wissen, haben wir einen Ehrengast im Vorführraum. Den berüchtigten Erfinder Anton Sokolov. Die Einrichtung mag nicht auf Komfort ausgerichtet sein, doch ich will, dass für Sokolovs Grundbedürfnisse und Körperfunktion gesorgt ist, damit sie mich nicht bei der Arbeit stören. Jindosh. Aber hier gibt es vielleicht noch Geld und Futter. Sie haben hier nichts verloren. Das sehe ich anders. Ich bin auch lieb. Was wollen Sie? Gehen Sie weg! Ich packe auch mein Brotmesser weg. Lassen Sie mich los! Lass das nicht! Alarm rufen halt! Bleiben Sie hier! Die werden bestimmt noch irgendwie Hilfe rufen. Aber hier ist bloß eine Küche. Hier kommt man nicht raus. Hier ist höchstens eine Durchreiche. Naja. Vielleicht auch nicht. Schade, dass hier keine Tür ist. Aber hier gibt es Futter. Eine Fischscheibe. Was? Jetzt ist nicht das Ding da oben. Hm, hm, hm. Fisch. Süppchen. Wasserhahn. Trinken. Und sonst haben wir hier nichts. Gutes Geld. Habe ich ja schon eingesagt. Teller. Wecker. Für die Eier. Wecker. Brotkasten. Gut. Schränke, Schränke. Wir sind zwar eh schon angeblich voll, aber mehr geht immer. Jetzt könnte ich mal hochfahren, oder? Ich finde jetzt nochmal wirklich den... Die Ecke, wie ich hergekommen bin. Oder ich gehe einfach dahin, wo ich in diesen... Geheimen Gang gekommen bin, wo die eine Person nicht mehr raus ist. Ob die jetzt... Im Licht oder hier unten? Wo ist die hingerannt, bitte? Also... Die penne immer noch. Ich habe mir das echt nicht gemerkt, die Stoffnase. Da habe ich ja rausgenommen. Dann gehe ich jetzt nochmal kurz hier in den Fahrstuhl. Gehe... In den... Ich war im Wartungsraum, oder? Scheiße, ey. Blödes Kurzzeitgedächtnis. Ich glaube es nicht. Also hier war zu. Wo bin ich denn erlangt? Dann habe ich mir... Die Öffnung angeguckt. Hier draußen war ich bloß. Mal kurz gucken. Das weiß ich noch. Ich gehe das gerade nochmal Stück für Stück für mich durch. Was denn da geiles Erz? Goll. Also hier war zu. Was habe ich denn dann gemacht? Ich bin wieder runtergefahren, oder? Also im Labor und oben war ich nicht, aber... Scheiße, ey. Ich glaube das nicht. Ansonsten fahre ich erstmal Fahrstuhl. Ich will noch was erkunden, denn ich muss... Irgendwas finden. Seien es war Öltanks und der Granaten, um die blöden Roboter klein zu bekommen. Dann gehe ich jetzt mal schnell zum zweiten Fahrstuhl. Schau nochmal kurz nach. Hier bin ich nicht irgendwie runtergefallen, oder? Nee. Und hier unten raus bin ich auch nicht. Hm. Nervt mich gerade. Dass ich mir nicht gemerkt habe, welchen Weg ich gegangen bin. Dabei ist das ja alles recht übersichtlich. Ich war doch hier irgendwo. Und das kann nicht sein. Bin ich nicht aus einer Lucke rausgekrabbelt? Oh. Ich glaube es nicht. Nee. Alles andere als bekannt kommt mir das vor. Was ist denn hier schon wieder los? Da unten waren wir auch noch nicht. Dann gehe ich erstmal in den Fahrstuhl. Kann ich eh nicht lesen. Dann gehe ich in den Gästebereich. Jetzt muss ich mir bloß merken, wo ich so überall war. Ich muss mir merken, was ich eigentlich nicht will. Oh. Ach ja. Das Ding ist ja aus. Das Ding ist aus. Was? Ich bin runtergefallen, ne? Ich bin... Ich bin ja runtergefallen. Also muss es ja irgendwie auf der Seite da hinten sein. So weit reicht es leider nicht. Naja, dann... Werde ich mich nochmal besinnen. In der nächsten Folge gehen wir einfach mal da rüber und da hinten hin. Da kommen wir ja bloß beim Raum raus, ne? Aber erst einmal sage ich bis zum nächsten Mal. Und bis dahin. Macht's gut. Und ciao, tschüss.